Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jesse und im Hintergrund seht ihr schon den Barb. Wir haben Starter Build, Best Build, alles in einem. Das heißt also für die, die ungern weitere Sets farmen, ist das genau eure Skillung. Und zwar das neue Set oder was halt der Barbarr zum Schluss bekam, das war das Set der Horde der 90 Wilden. Und hier muss man natürlich dazu sagen, dass der Set Boni wurde hier erhöht. Er wurde glaube ich nicht nur erhöht, er wurde sogar verdoppelt, wenn sie das nicht nochmal nachträglich ändern. Aber mit dem deutlich höheren Schaden sieht die Sache natürlich in Season 28 dann gleich ein bisschen anders aus. Wir sind mal hintergelaufen zum Altar. Wie gesagt, wir haben den kompletten Season 28 Altar hier schon einmal im Vorfeld freigespielt. Das heißt also diverse Damage Boost und so weiter habt ihr dann auch aus dem Altar. Die sind jetzt nicht so essentiell, machen aber auch dennoch ein bisschen einen Unterschied. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr habt ja eine Primal-Waffe, die könnt ihr euch in der neuen Season einfach herstellen. Also es gibt ein neues Kanais-Würfel-Rezept, da können wir uns die Waffe herstellen. Wir haben jetzt hier einmal die Armschienen ausgezogen. Wir haben hier 700.000 Schaden. Wir nehmen zusätzlich noch den Ring raus. Das heißt also wir haben kein Set mit der Halskette und dem Ring. Der Game ist draußen, das Ding ist draußen. Und dann dachte ich mir so, okay, die Waffe, die haben wir jetzt dabei, wie schon gesagt, die könnt ihr euch dann im späteren Verlauf herstellen. Aber wir starten mit dieser Skillung, mit diesen 700.000 Paper Damage oder was es da war. Einfach einmal einen 100er Rift. Weil damit geht eigentlich schon so die Message raus, was hier bei der Skillung Sache ist. Bei der Skillung ist folgende Sache. Die Skillung ist langsam, aber dafür haut sie richtig, richtig drauf. Das bedeutet also, es wird am Anfang, wenn ihr die Season-Reise abgeschlossen habt, beziehungsweise die ersten vier Etappen abgeschlossen habt, um euch dort das vollständige Set zu holen, dann stellt ihr immer nur höher, höher und höher. Weil ihr wollt natürlich so schnell wie möglich in die höheren Rifts, weil von der Skillung her, ihr sucht euch immer mehr oder weniger den stärksten Gegner aus einer Gruppe raus und auf dem wird draufgeschlagen. Es splittert ein bisschen Damage in einem kleineren Radius runter, aber im Endeffekt habt ihr natürlich einen super, super hohen Attack-Speed und schlagt mehr oder weniger den Gegner damit einfach tot. Das heißt also, die Skillung ist auch schon mit keinem Paragon oder sehr, sehr wenig Paragon für die etwas höheren Rifts geeignet und geht dann natürlich immer weiter nach oben. Je nachdem, wie viel besseres Gear findet, je besser die Edelsteine werden, geht das immer noch weiter, weiter, weiter. Also hier ist eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Bounties und so weiter machen wollt, dann macht euch bitte sekundär noch einen Wirbelwind-Barbar, weil die Skillung ist für Bounties einfach ungeeignet. Da fehlt der Movement-Speed, da fehlt einfach auch Farm-Komfort. Das gleiche gilt auch für Greater Rift-Keys, Farming und so weiter. Entweder habt ihr noch einen Demon-Hunt in der Hand oder wie gesagt, jetzt sucht euch noch parallel dazu das Wirbelwind-Set, weil mit Wirbelwind kannst halt die ganzen Sachen optimal farmen. Und wenn es dann in den Bereich 100 plus geht, dann wechselst du natürlich hier auf das gebuffte Set aus der Season und dann snackst dir ein Elite nach dem anderen. Also bei der Aufnahme, wir haben ja auch keinen Paragon und so weiter drin, in der Damage ist hier schon wirklich sehr, sehr gut. Man muss ein bisschen auf die Zähigkeit achten, also ich würde auch so weit gehen, dass ich vielleicht für den Anfang diverse Vitalitätspunkte auch in Zähigkeit setze, damit ihr hier mal einen guten und konstanten Wert habt, damit das auch hier zügig vorangeht. Und dann müsst ihr euch eigentlich nur noch durch die diversen Gegner schlagen. Natürlich speziell oder ganz, ganz witzig ist dann, wenn wir in die Richtung Rift-Guardian kommen, wir sind immer ein bisschen vorgeskippt. Und je Härte der Gegner oder je mehr Leben der Gegner hat, umso besser für uns, weil da kann man nämlich mit Raserei auch richtig gut die Stacks und den Attack-Speed darauf aufbauen. Und dann, wenn dann der Rift-Guardian kommt, da wird dann einfach draufgehauen, solange bis der einfach weg ist. Und die Schläge werden natürlich auch dementsprechend immer höher, als ihr habt es hier im Hintergrund gesehen. Natürlich, wir hatten jetzt hier noch Power und so weiter aktiv, muss man fairerweise dazu sagen. Aber auch ohne Power hätte der Rift-Guardian nicht sehr lange gemacht. Und wenn man dann noch den weiteren Set und so weiter anziehen würde, sprich also den Ring rein, den Gem rein, die Armschienen rein, was ja den Main-Stat verdoppelt mit dem Wächter-Set ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Weil, wenn ihr da zukommt, besonders am Anfang, dreht auch die Zähigkeit und so weiter mit hoch. Und dann haben wir es hier schon direkt geschafft. So, wenn wir uns jetzt mal gleich die Skills und die Items anschauen. Ihr seht schon, wichtig ist natürlich ein Knais-Würfel. Die Waffe, das ist Held der Bastion, damit sich die Raserei rauf geht. Tiefenbüller haben wir in dem Fall sogar angelegt. Damit hätten wir den Gürtel ready. Das machen wir einfach aus dem Grund, damit wir das Set anziehen können, den Prunkring. Ansonsten Band der Macht, ganz, ganz wichtig, um hier auch ein bisschen Zähigkeit zu generieren. Und dann haben wir hier einfach Spur des Abenteuers mit der Windrose. Und dann seid ihr mehr oder weniger gut dabei. Wie gewohnt, die Items, Skills und alles Weitere ist unterhalb natürlich verlinkt. Da könnt ihr nochmal in Ruhe durchschauen. Eidbewahrer Blauzorn sind dann die Waffen, die wir hier noch zusätzlich ausgerüstet haben. Und wenn wir jetzt mal auf die Skills schauen, was haben wir hier mit an den Start? Wir haben natürlich den Raserei mit Berserker, Kampfrausch mit Blutvergießen. Dann nochmal wütender Ansturm mit gnadenloser Ansturm, damit wir uns auch ein bisschen schneller zwischen den einzelnen Truppen und so weiter bewegen können. Hier muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Ansturm den Zähigkeitsring, unser Band der Macht, auslöst. Und wir dadurch auch dementsprechend viel Zähigkeit bekommen. Also das solltet ihr mehr oder weniger auf Cooldown nutzen, damit die Zähigkeit eben auch oben bleibt. Kriegsschrei mit Veteranenwarnung. Ein Drohruf mit Verunsichern. Damit können wir nochmal die Gegner debuffen und holen uns noch einiges an Extraschraden raus. Zorn des Berserkers mit Wahnsinn. Und dann die Klassiker. Gnadenlos, Nerven aus Stahl, Berserkerwut und Tobsucht. Auch hier bei den Passives könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen nachjustieren. So, und jetzt machen wir hier noch einen, weil ihr habt jetzt einen Rift gesehen, mehr oder weniger ohne Paragon, ohne alle Items angelegt zu haben. Und wenn wir jetzt rüber switchen, machen wir mal gleich direkt 110. Jetzt haben wir mal das Paragon wieder rein und die fehlenden Items angelegt. Und dann seht ihr, da sieht die Sache natürlich auch schon wieder ein bisschen anders aus, wie wir hier durchfahren und so weiter. Season 28, wie gesagt, das Drangthema ist hier so weiter aktiv. Das wird vielleicht noch ein bisschen abgeschwächt werden. Dann ist das jetzt hier nicht der 110er. Dann wäre es vielleicht nur der 108er oder 107er Rift. Aber das wird mehr oder weniger alle Klassen treffen. Ist eh ganz klar, wenn das Season-Thema hier ein bisschen an Power verliert. Was meiner Meinung nach auch definitiv notwendig ist. Weil hier so durchzuspazieren mit einem Jar, der drei Stunden alt ist, durch einen 110er Rift ist natürlich auch heftig. Ist auch heftig. Also, wenn ihr die Skillung liebt, ich sage das wie es ist, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich hier langsam durch die Gegner durchzuschlagen. Und zwar Schlag auf Schlag immer noch Möglichkeit, den härtesten anzustürmen. Also in dem Fall halt diverse Elite-Truppen debuffen und dann einfach mit einem Haufen Speed die runterzuziehen. Also bis 100 wäre trotzdem meine weitere Empfehlung, Wirbelwind zu nutzen. Wie gesagt, für Bounties, um den Altar frei zu spielen und sonstiges. Das könnt ihr dann ohne Probleme machen. Wenn ihr das mit der Starter-Skillung hier macht, dann versucht so schnell wie möglich bei den Rifts hochzustellen. Weil alles andere ist viel zu ineffektiv bei der Skillung. Auch wenn es im Software ist und ihr würdet ein paar Mal sterben, aber du kriegst dann halt mehr Blutsplitter, mehr Erfahrung und so weiter. Dann lohnt sich die Skillung deutlich mehr, als wenn ihr da auf Qual 11 mit drei Schlägen jeden Gegner tötet, aber dafür halt relativ langsam vorankommt. Also, so hoch wie es geht, Wirbelwind Z parallel mit einpacken. Barbar ist in diversen XP-Meters. Wenn es darum geht, dann müsst ihr aber wieder Supporter spielen. Also für die Leute, die öfter Barbar spielen, noch gerne ein bisschen Support-Gee und so weiter einpacken, damit ihr auch in den Gruppen einen Platz findet. Wenn man dann dreimal Demon Hunter oder was weiß ich im XP-Meter spielen wird, damit ihr das hier mit auf der Liste habt und dann seid ihr mehr oder weniger ready to go. So, meine Damen und Herren, wenn es Fragen gibt, ab damit gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.